Hallo Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Oktober steht. Schauen wir mal zusammen, Stia. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. König der Münzen. Genau, Erde Element wie du. Stia, Steinbock, Jungfrau. Ich muss dir sagen, auf diesen Würfel kamen Sternzeichen Löwe und die Nummer 9. Ja, Sternzeichen Stia, Steinbock, Jungfrau. Du siehst ja ein König der Münzen. Ja, also das ist natürlich eine interessante Energie gerade. Ja, eine interessante, ja ich bin am Nachdenken, weil für Sternzeichen wieder hat sich auch eine interessante Energie gezeigt. Und Stia, mein Gefühl ist, dass du mit Sternzeichen wieder eine Synchronisierung hast. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Ja. Das ist ein König der Münzen. Das kann über einen Vater reden. Ein Vater, deinen eigenen Vater, deine Mutter. Wir können auch über eine Mutter reden. Ein König der Münzen. Ein König der Münzen zeigt sehr viel Stabilität, tatsächlich. Aber nochmals kann auch über eine Person reden, die sich in einer familiären Situation befindet. Also ja, wie gesagt, eine familiäre Situation. Und jede familiäre Situation ist ganz anders. Also von da aus, diese Person hier zeigt schon sehr viel Verantwortung, ja. Diese Person hat Kinder, Familie, das ist, aber eine Komfortzone ist da. Also ich spüre hier eine Komfortzone, ja. Also wie gesagt, Stia, das ist deine eigene Energie für den Monat Oktober. Und von da aus, ich spüre sehr viel Stabilität hier bei dir, ja. Also König der Münzen, ich meine, die Energie zeigt sich schon positiv, ja. Finanziell gesehen, man spürt hier diese Stabilität und das ist eine positive Energie, König der Münzen. Wir schauen jetzt weiter, ob du mit so einer Person zu tun hast oder ja, kann auch nämlich sein, ja. Denn ich spüre bei dir hier eine Ubegangszeit, Stia. Sechste Schwerter und ein König der Münzen, ja. Eine Ubegangszeit spürt man hier schon, was mit einer familiären Situation zu tun haben könnte, ja. Stia, ja. Also wenn das deine Energie ist und du tatsächlich dich in dieser Komfortzone befindest, wir reden ja über eine Komfortzone mit dem König der Münzen. Ich sehe trotzdem hier eine Veränderung, ja. Mit diesem sechsten Schwerter sieht man schon eine Veränderung bei dir. Ich zeige dir gleich die Karten, die wir so auf dem Tisch haben. Ist interessant, gerade für dich, ja. Schau bitte jetzt die Karten, die für dich in der Mitte als Thema sind, ja. Hier hast du einen Ritter der Kerlchen. Ritter der Kerlchen, Wasserelement. Man sieht hier eine Person mit Blumen, ja. Also eine Person schenkt Blumen, eine Person kommt mit einem Geschenk. Stia, wir reden ja für dich, für deine Energie. Aber die Lebung kann sich natürlich auch für die Cross-Watchers spiegeln. Das können wir ja nicht vermeiden, das ist einfach so, ja. Ich spüre aber eine Person hier, die sich entweder versöhnen möchte, also, ja, versöhnen möchte oder einfach nur halt eine liebe Botschaft kommt hier, eine liebe Kommunikation, eine liebe Handlung. Hier ist der Romantiker in Tarot, das ist ein Ritter der Kerlchen, ja. Das ist eine Person, die Blumen vorbeibringt, ja. Das ist die Energie hier als Thema für dich für den Monat Oktober, ja. Die Karte, die diese hier blockiert, ist die Karte die Welt. Und die Karte die Welt, du siehst ja, jetzt habe ich hier die Karte die Welt und hier habe ich einen Ritter der Kerlchen. Beide Karten synchronizieren sich, weil wir haben hier eine Reise, ja. Die Welt ist eine internationale Karte. Wir können hier über eine geografische Distanz auch reden. Das ist der Grund, warum diese Karte in einer Blockade ist, weil wir hier mit einer geografischen Distanz zu tun haben. Ich spüre Kommunikation, eine wichtige Kommunikation im Monat Oktober. Es ist ja klar, dass wir Kommunikation ständig haben, aber wenn diese Kombination sich für dich in der Mitte als Thema zeigt, ist, weil diese Kommunikation besonders wichtig für dich ist, ist nicht irgendeine Kommunikation, sondern das ist die Kommunikation. Was mit einer Liebe Botschaft zu tun hat, könnte man hier bei dir gerade Internet sehen oder ja, ich denke schon, weil wir hier mit einer geografischen Distanz zu tun haben. Also Internet ist da. Sagen wir mal jetzt, ist diese Liebe Kommunikation jetzt ein Wunschpartner? Kann, aber muss nicht, weil in manchen Fällen ist das tatsächlich mein Vater, ja. Hier ist eine ältere Person, Stier, wie ich mir sage, es muss nicht immer über einen Wunschpartner reden, ja. Ich kenne ja deine Situation nicht und von da aus, ich weiß nicht, was das hier für dich heißt, aber du siehst ja, ich habe hier einen König der Münzen. König der Münzen, wer ist diesen König der Münzen für dich? Das kannst nur du wissen. Und diese Person in manchen Fällen tatsächlich macht hier eine Reise, ja. Hier sehe ich auch eine Reisestier. Von da aus, jetzt zeigt sich die Karte die Welt, ich meine eine internationale Karte, von da aus die Reise sieht man. Ich sehe Kommunikation, eine wichtige Kommunikation zeigt sich hier für dich. Wir holen uns ein paar Karten mehr, ja. Kann das ein Kind sein für dich? Das kann ein Kind sein, ein Vater, eine Mutter, einen Bruder. Ist das ein Wunschpartner? Natürlich kann auch ein Wunschpartner sein. Ein Stier, ja. Ist das halt eine Person, wie gesagt, die sich jetzt versöhnen möchte? Ja. Wir haben momentan gar mal Zeit, also wir können über alles reden. Wir schauen jetzt weiter. Und nochmals, die Synchronisierung hast du sehr stark mit Sternzeichen wieder. Aus irgendeinem Grund ist das so, ja. Diese Sternzeichen ist wichtig für dich. Stehen sie sich im Löwe auch. Feuerelement. Ja. Mhm. Ja. Starke Energie. Ja, starke Energie. Und wie ich immer sage, ich kann mich schon irren. Ich schon, aber die Karten nicht. Von da aus, wenn du mit mir zusammen die Karten dir anschaust, wirst du für dich schon wissen, was das hier für dich heißt. Sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Die Königin der Münze. Es kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Die Königin der Münze. Und du hast sogar den König der Münze. Nochmals. Du hast den König und die Königin der Münze. Denn die gleiche Energie, wie gesagt, ich glaube, war bei Sternzeichen Krebs. Ja. Bei Sternzeichen Krebs hatte ich diese gleiche Situation gehabt. Diese gleiche Synchronisierung. Und in manchen Fällen hast du mit Sternzeichen Krebs zu tun. Weil Krebs ist dein Vater. Sternzeichen Krebs ist dein Vater. Oder deine Mutter. Ehefrau, Ehemann. Einen Ex. Oder sonst. Du hast Sternzeichen Krebs in deinem astrologischen Schad. Als Ascendent oder sowas in der Art. Interessant ist das schon. Also ich finde diese Synchronisierung mit anderen Sternzeichen sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Das ist hier für mich ein Eber. Du siehst, das sieht man. Hier sieht man einen Eber. Und die Mäßigkeit. Ich finde das schon Schutze. Interessant finde ich das schon. Überhaupt. Stier. Weil du nämlich. Der König der Münze sogar. Zweimal auf dem Tisch hast. Du hast König der Münze zweimal auf dem Tisch. Also bestätige ich das hier schon. König der Münze ist da. Und das ist deine eigene Energie. Deinen eigenen Sternzeichen. Oder sonst. Steinbock und Jungfrau. Könnte sich hier auch zeigen. Interessant finde ich das schon. Überhaupt die Familie ist hier. Ja. Ja. Schau den Blick bitte. Ja. 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 ira Altbock. Aber das ist tatsächlich hier. ja eine hochzeit hier ist eine hochzeit entweder ist das ja wie gesagt eine hochzeit das ist die kathedrale ich habe hier mit einem ehepaar zu tun ja mit einem ehepaar irgendwie klar das ehepaar hier sind meine eltern die sind auch ein ehepaar oder ich meine du merkst ja das ehepaar wer ist das ehepaar hier ist das meinen ehemann ich meine meins nicht ja oder ist das jetzt sind meine eltern weil hier gibt es so eine situation ja stier schaue bitte jetzt ja 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 diese situation ist da also du hast ja einen ritter der kälscher nochmals krebs könnte man hier auch spüren skorpion von mir aus ja könnte man hier auch sehen dann hast du siebente stäbe du hast eine sehr interessante energie hier stier ich kann ich kann gerade mit der energie einfach ich kann einfach nicht mit der energie gerade ja ich zeige dir gleich eine situation die ich hier habe damit du verstehst was ich meine die energie bei dir ist extrem deutlich du hast ja siebente stäbe diese siebente stäbe du siehst diese person verteckt sich das gesicht ich verdecke mich das gesicht aber soll ich dir eine sache zeigen ich kann einfach nicht mehr es aushalten ich muss dir zeigen schau mal du hast hier sieben die stäbe eine person verteckt sich das gesicht und dann hast du diese karte hier sieht man auch eine person die sich das gesicht verteckt aber warte mal kurz da bleibt es nicht und dann hast du hier auch eine person die sich das gesicht verteckt ich meine jetzt findest du das nicht interessant ich meine jetzt stier es ist ja klar dass für mich gerade vielleicht mir das hier nicht sagt weil ich deine situation nicht kenne ich bin ja nicht stäbe ich nicht vielleicht wurde ich irgendwie aber ich bin nicht du nicht sagt mir die situation gerade nicht was ich dir sagen möchte ist schaue dir bitte diese situation an alle drei karten zeigen eine person die sich das gesicht verdeckt könnte ich hier sogar über eine falschheit mit einer falschheit zu tun haben wenn die die energie ist noch interessanter ich werde dir noch ein paar sachen hier zeigen die wirklich wo du auch selbst sehen wirst wow etwas will mir doch die energie sagen und ich kann dir wirklich sagen die energie hier will dir was sagen ja ich bin mir überzeugt überzeugt denn interessant ist das schon du hast tatsächlich hier ein stier ich will irgendwie ist denn immer ständzeichen wieder oder krebs sagen immer wieder ich weiß auch nicht warum hier hast du diese person die sich das gesicht verteckt mit dem ritter der kärchen und so eine person das ist eine frau entweder weil du so aussiehst stier egal ob man oder frau vielleicht die beschreibung ähnlich ja oder sonst du hast mit so einer person zu tun hier zeigt sich ein foto vielleicht sagt ihr das etwas weil es gibt eine ähnlichkeit oder es muss nicht sein aber irgendetwas ist hier und eine person die irgendwie sich ja hier kommunizieren möchte sich versöhnen möchte in manchen fällen aber du hast gerade gesehen was ich hier habe gut wir schauen weiter jetzt stier ja ich finde es nur interessant gerade in der blockade hast du wie gesagt die karte die welt die gerechtigkeit die wir haben eine karmische situation bei dir schon so ist es auch nicht also hier gibt es schon eine karmische situation ich meine jetzt über karma reden wir die ganze zeit weil karma ist gerade da wir haben karmazeit und karma sieht man bei dir diese kombination ist bei dir in eine blockade plus diese karte von mir diese karte spricht über eine finanzielle unterstützung warte magia weil das extrem interessant nochmals du hast mit ständzeichen wieder schaue dir die legung von ständzeichen wieder an weil hier irgendwie gibt es diese synchronisierung hier und entweder wieder ständzeichen wieder mit dir oder du mit ständzeichen wieder etwas ist hier und ist interessant das sage ich dir hier reden wir über eine finanzielle oder emotionelle unterstützung die gar nicht da ist weil das ist eine blockade hier reden wir bei dir über einen zyklus weil die karte die welt ist da aber andere karten sind gerade auf dem tisch die über einen zyklus reden die karte die welt spricht über einen zyklus ist in einer blockade eigentlich einen zyklus den man schon abgeschlossen hat oder abschließen sollte weil irgendwie steht ja irgendwie ob das jetzt einen ex für dich ist sagen wir mal jetzt das ist meine ex frau oder meinen ex man tatsächlich das ist die mutter meine kinder der vater meine kinder zum beispiel das ist für dich schon eine scheidung hier gewesen das ist ja eine trennung eine scheidung aber diese energie die bei dir zeigt sich noch in eine blockade und irgendwie das gefühl was ich hier bekomme tatsächlich ist eine eine unfähigkeit oder mangelbereitschaft mangelbereitschaft eine wahrheit zu erkennen so heißt den titel für ständischen wieder so heißt den titel für ständischen wieder mangelhafte das ist der grund warum man hier irgendwie einen zyklus noch in einer blockade hat ich spüre sogar immer wieder irgendwie diese situation schau bitte was du in deiner unbewusstheit hast du hast die herrscherin eine mutter du siehst dass seine mutter begleitet mit der karte der turm interessant die karte der turm zeigt sich bei dir zweimal du hast die karte der turm zweimal die karte der turm spricht über ein gebäude haus gebäude eigentum erbe ja das kann damit zu tun haben das ist ein erbe das ist ein eigentum haus mein haus mein zuhause das ist meine familiäre situation das ist irgendwie veränderungen weil die karte der turm spricht über veränderungen ja sprichst du veränderungen diese karte plus die herrscherin und dann kommt dieses diese unterlagen hier sieht man unterlagen stier unterlagen papieren dokumentation dokumentation was mit einem gebäude zu tun hat familie gebäude dokumentation ich weiß nicht ob dir das was sagt ja handelt es sich hier um einem eigentum mit meiner ehfrau ehemann mutter familie dokumentation dokumentation gibt es hier diese situation zeigt sich hier bei dir irgendwie ähm stier ja äh und diesen zyklus hier mit einer gerechtigkeit ich spüre diese komplizierte situation bei dir hier in einer blockade immer noch das gefühl was ich bekomme ist dass das ist noch nicht gelöst sonst wäre das nicht in einer blockade aber stier es ist auch wahr dass etwas sehen wir hier nicht oder besser gesagt etwas haben wir bis jetzt nicht gesehen und das was man nicht fähig war zu erkennen äh wird man sehen können ja das ist was ich denke weil äh ja das ist diese situation ist jetzt so schau mal bitte in deinem bewusstsein hast du rate schicksals rate schicksals sprichst du über veränderungen die karte der turm sprichst du über veränderungen und bei dir sind die veränderungen hier diese karte ich begleite mit einem puppe der kärchen äh puppe der kärchen entweder ein kind ist das ein kind von dir denn die herrscherin ist da also die herrscherin ist von mir aus deine eigene mutter deine mutter dein vater denn wir haben auch den könig der münzen diese gleiche situation hatte ich wie gesagt bei ihr ständsachen wieder das ist von mir aus deine mutter oder dein vater und diese veränderung die ich ja sehe hat mit einer familie zu tun eine familiäre situation du hast ja wie gesagt kinder sehe ich familie sehe ich die veränderungen sind dann mit rate schicksals plus von mir kommt diese karte wohnwagen einen wohnwagen einen wohnwagen spricht auch über einen ja da kann ich auch schlafen leben ich kann auch hier drin wohnen ich kann wohnen hier und es zeigt sich nämlich auch einen eigentum hier ich meine jetzt ja beide karten reden um einen ort wo ich wohnen kann ja einen wohnwagen genau so stier könnte das hier auch diese veränderung die ich ja sehe rate schicksals 180 grad veränderungen hier bei dir ja in manchen fälle kaufst du dir auch einen wohnwagen und du sagst die welt kann mich in ruhe lassen ich brauche nichts ja viel zum leben ich möchte nur meine ruhe haben und ich bin in einem wohnwagen zum beispiel oder sonst zeigt sich hier eine neue person bei dir einen puppe der kirchen das ist wasser element bei dir sieht man nochmals wasser element und das ist stänzischen krebs haben wir genannt vorher aber könnte auch fische oder skorpion sein krebs fische oder skorpion sonst ein kind von dir einen so genannte freund aber diese kombination die ich ja habe ist nicht schlecht stier natürlich weiß ich jetzt für deine direkte situation nicht was das hier alles sein könnte aber in manchen fällen weißt du selber schon weil schau mal die karte der turm zeigt sich ja bei dir zweimal und diese fänderungen sind ja schnell plus gerade schicksals und sogar das gefühl wäre hier es betrifft schon meine direkte familie auch die mutter ist da kinder mutter eigentum schaue bitte jetzt in deine vergangenheit zeigt sich für dich zehnte stäbe hier sieht man einen umzug plus zehnte münzen wenn ich dir ehrlich bin bei der ständzeichen wieder zeigt sich zehnte stäbe auch mit zehnten kerlchen auch veränderungen hier bei dir sieht man wieder ein eigentum zehnte münzen eigentum familie wie du siehst familie ist hier ständig zehnte stäbe einen umzug ich spüre ich einen umzug plus die karte die kraft ständzeichen löwe die karte die kraft ja sehr viel kraft in der situation sehr viel mut eine person wird mutig sein wird irgendwie sich trauen eine handlung hier zu machen stia das ist das gefühl hier die karte die kraft spricht über viel kraft viel energie und das sieht man auch im zehnte stäbe klar wenn ich zum beispiel jetzt einen umzug mache brauche ich auch sehr viel kraft ja einen umzug benötigt auch sehr viel von mir ich spüre ich veränderungen stia ich könnte bei dir nur immer wieder über das gleiche reden du hast die karte der tun zweimal rat des schicksals und die nummer 10 zeigt sich auf das hier hast du die nummer 9 die nummer 9 spricht auch über den zyklus du hast einen zyklus bei dir hier und jetzt wirst du natürlich sagen du mit einem immer zyklus hier ja ich meine jetzt das zeigt sich bei dir sehr stark sogar du bist in einem zyklus du befindest dich in dieser situation hier du befindest dich hier in irgendeiner situation ja sogar diesen sechsten schwerter zeigt sich nämlich auch ja schau mal bitte in ja die vergangenheit wie gesagt spüre hier 10 die nummer 10 10 die nummer 10 10 und die nummer diese nummer zeigt sich dreimal vorerst ja 10 10 10 und ja ich spüre bei dir schon hier Veränderungen in einer familiären situation Veränderungen in manchen Fällen hast du hier auch mit Manipulationen zu tun Manipulationen oder eine Falschheit oder sowas in der Art weil das sieht man hier ja das Gefühl dass man eine Wahrheit nicht sehen kann ja oder unfähig ist diese Wahrheit zu sehen ja etwas ist hier mit dieser Situation bei dir schau bitte du hast in deine Gefühle Gefühle in deine Gefühle hast du sieben Geschwärter und diese Karte natürlich spricht auch über Strategien ja mit einer Königin der Stäbe ja Feuillelement zeigt sich bei dir muss ich dazu sagen also und dann man muss auch mal nein sagen können ja man muss auch mal nein sagen können Stier hier sehe ich eine Person in deine Gefühle sehe ich eine Person du siehst Königin der Stäbe kann auch ein König der Stäbe sein Feuillelement Schutze, Löwe Standzeichen wieder ja Standzeichen wieder irgendwie und das ist eine Person in manchen Fällen die 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 immer wieder dich sehen möchte mit dir zusammen sein möchte ja und die Karte von mir sagt ja ja man muss auch mal nein sagen können man muss auch mal nein sagen können und Stier weißt du warum weil irgendetwas hier kannst du nicht erkennen oder das sagt die Energie du hast hier oder sagen wir mal jetzt Stier hier zeigt sich eine Königin der Stäbe König der Stäbe wie gesagt wir haben ja am Anfang gesprochen es muss für uns allen nicht immer über den Wunschpartner reden ich kann auch über mein Kind reden meine Schwester mein Kind meine Mutter von mir aus ja damit du es verstehst weil hier sehe ich eine Falschheit ich weiß auch nicht was das ist aber das ist nicht normal das ist nicht normal hier Stier du kannst mir erzählen was du willst das ist nicht normal hier die energetische Spüre ist nicht normal du etwas ist hier und hat mit irgendeine eine Lüge oder eine Falschheit zu tun die du nicht so richtig erkennen kannst und deswegen die Karte der Turm deswegen die Veränderungen hier und deswegen die Karte Stier man muss auch mal nein sagen können oder schau mal bitte und die Legung kann sich für die Cross-Watchers spiegeln weil ich weiß auch nicht was das hier ich sage dir wie die Gesicht zeigt und dann hast du das was du von außen anziehst ja achte Schwerter sind Ängste Angst ist hier irgendwie ist das Angst hier ist das Angst hier ist das eine Blockade ähm ist das unserem Ego die Gedanken achte Schwerter sprichst du über Gedanken die Gedanken ja die Selbstsabotage auch das ist die Selbstsabotage Aste Schwerter Aste Schwerter ist natürlich eine positive Energie also ich mache einen Schluss ich mache einen Schluss mit dem Ganzen was mich blockiert ich mache einen Schluss und schau mal für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik ja ja diese Karte wie gesagt kam nämlich auch bei ersten Sachen wieder also die Synchronisierung ist da in manchen Fällen reden wir hier über Geschäftspartner Geschäftspartner also für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik und diese Energie hast du ja ähm wow vielleicht vielleicht möchtest du irgendetwas verändern hier in deinem Beruf leben möchtest du Veränderungen aber du hast Angst habe keine Angst stehe am Ende musst du glücklich sein oder schau mal bitte jetzt also in deine Zukunft für deine Zukunft für deine Zukunft für deine Zukunft die Kombination die gekommen ist ist diese vierde Münzen vierde Münzen spricht über eine Stabilität Komfortzone auch aber Stabilität begleitet mit der Karte der Stern Stier begleitet mit der Karte der Stern das ist eine der besten Karten das ist eine der besten Karten im Tarot und die hast du du in der Zukunft diese Karte spricht auch über die Zukunft und diese Kombination die ich hier habe Stier deutet auf sehr gute Vorzeichen das sage nicht ich diese Kombination hast du in deiner Zukunft genau so wie ich dir das zeige vierde Münzen und die Karte der Stern die Karte der Stern deutet sowieso auf Licht und Klarheit das wirst du haben ja natürlich das sage ich dir aber auch du wirst sehr viel Licht und Klarheit haben denn möglicherweise hast du das bis jetzt nicht so deutlich sehen können oder eine Wahrheit sehen können du wirst hier ich sehe Hoffnung bei dir Hoffnung ich spüre hier Wünsche die in Erfüllung kommen Wünsche kommen hier in Erfüllung das sind Zeichen vom Universum Stier du bekommst Zeichen vom Universum und das denke ich natürlich weil die Karte der Turm zeigt sich bei dir zweimal die Karte der Turm sagt dir Stier was ist denn hier los siehst du das nicht das ist das Universum das sind die Zeichen die du bekommst das ist eine Führung du wirst geführt und schau mal interessant ist mit diesen Lippen ja diese Lippen das spricht auch über Kommunikation ja Kommunikation sieht man hier ich meine Stier hat das mit einer neuen Person für dich zu tun und das gleiche ich meine die Energie zeigt sich positiv sehr gute Vorzeichen spüre ich hier für dich für deine Zukunft die Karte der Stern ist nicht morgen um 8 nein warum weil wir hier mit einer bestimmten Arbeit zu tun haben jeder von uns muss seine Arbeit machen denn wie ich immer sage von nichts kommt ja nichts logisch ja von nichts kommt ja nichts hat auch eine Logik oder das Universum ist auf unserer Seite wenn wir was tun wenn wir nichts tun kommt ja nichts aber deswegen ist die Karte der Stern also dass diese Energie für dich sehr gute Vorzeichen zeigt das ist schon mal sicher aber das bedürftet ein bisschen Zeit ja und nochmals wenn das eine neue Person für dich ist Stier zeigt sich natürlich auch sehr positiv ich sehe hier bei dir viel Stabilität schaue bitte jetzt die Kombination hier finde ich interessant ja sehr viel Erfolg spüre ich bei dir mit der Karte der Magie ich spüre bei dir Erfolg Erfolg in deinen Entscheidungen und dann zeigt sich hier dieses Foto vielleicht siehst du so aus oder sonst du hast mit einer Person zu tun die so aussieht irgendwie eine Ähnlichkeit oder so also ich spüre hier Erfolg das ist Erfolg hier in deinem Beruf leben ich spüre einfach eine erfolgreiche Energie in deine Entscheidung die Karte der Magie und 6. Kerlchen besser kann nicht sein die Kombination hier also besser kann diese Kombination nicht sein und die Energie sagt dir Stier Stier habe keine Angst habe keine Angst treffe Entscheidungen für deinen Beruf leben habe keine Angst aber handelt ja weil deine Energie zeigt sich sehr positiv das sage ich nicht ich das ist das Ergebnis für den Monat Oktober hast du 5. Kerlchen plus ein König der Münzen du hast gesehen der König der Münzen zeigt sich bei dir oftast König der Münzen ein Vater eine Mutter Ehemann Ehefrau einen Ex 5. Kerlchen ähm diese 5. Kerlchen sprichstube loslassen ja Stier das sprichstube eine Nostalgie natürlich eine eine Traurigkeit diese Karte sprichstube Traurigkeit ja niemand hat gesagt dass es einfach wäre ja wir wissen ja Veränderungen sind nicht leicht Veränderungen sind nicht einfach und ähm und du hast Veränderungen hier die ganze Zeit die Karte der Turm ne ne niemand hat gesagt dass es leicht wäre ja Situationen loszulassen es ist nicht leicht ähm das kann mit einem König der Münzen zu tun haben nochmals die Karte zeigt sich aber übrigens von mir zeigt sich eine rote Pfanne und die rote Pfanne sagt uns schon sei vorsichtig sei vorsichtig Stier dass du wieder dass du durch eine Nostalgie eine Traurigkeit die Erinnerungen und so weiter und so fort manche Entscheidungen nicht triffst weil du in dieser Vergangenheit bist oder in dieser Komfortzone dich befindest ja das typische ich befinde mich in der Komfortzone mir ist gemüglich bei meiner Mutter aber bei meinem Vater ist mir gemüglich da bei meinem Ehemann Ehefrau bin ich nicht glücklich aber es ist gemüglich es ist gemüglich und das ist der Grund warum ich da bleibe nicht aus Liebe aus Gemüglichkeit die Energie sagt dir Stier ähm sei vorsichtig dass du wegen einer bestimmten Komfortzone du hier Entscheidungen nicht triffst weil du Angst hast weil du dir nicht sicher bist äh weil du denkst vielleicht schaffst du das nicht weil du dir selbst sabotierst du sabotierst dich selber oder sonst du hast eine bestimmte Person in deiner Umgebung die dich irgendwie manipuliert denn schau schau hier hier zeigt sich auch diese Karte Vergeben und Lernen diese Karte hat eine ein Sternzeichen bekommen und hier ist auch so Vergeben und Lernen die Familie Probleme in der Familie heilen ja es ist wichtig die Probleme in der Familie zu heilen wenn ich mit meinem Vater und das sage ich oft wenn ich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter eine Blockade eine emotionelle Blockade habe es ist kompliziert für mich für mein Leben ist kompliziert weil wenn ich mit meinem zu meinem Vater eine emotionelle Blockade habe heißt für mich dass meine Finanzen nicht gut gehen werden ich werde immer in den Finanzen eine Blockade haben es ist egal wie ich arbeite wie viel ich arbeite ich werde immer eine Blockade in den Finanzen haben und das ist weil ich die eine emotionelle Blockade zu meinem Vater habe eine Situation noch nicht vergeben habe wenn ich mit meiner Mutter auch Probleme habe zum Beispiel eine emotionelle Blockade mit meiner Mutter habe wird sich für mich in der Liebe auch zeigen ich werde in der Liebe irgendwie Probleme haben oder ich werde die richtige Person für mich nicht finden weil ich erstmal diese Blockade mit meiner Mutter lösen muss tatsächlich dieses Verhältnis zu unseren Eltern ist sehr wichtig ja wenn wir da noch irgendeine Blockade haben das zeigt sich in unserem Leben auch weiter und das ist nicht gut so kompliziert sich das anhört weil ich weiß wie das ist also es ist extrem kompliziert manche Blockaden zu den Eltern zu lösen das weiß ich auch aber die einzige Wahrheit ist wenn man diese Situationen nicht löst glaube mir das wird sich in unserem Leben weiterhin zeigen und wir werden uns ständig fragen warum geht es bei mir nicht so richtig warum läuft das nicht bei mir oder wie auch immer das hat mit unseren Eltern zu tun ja ja du hast die Karte der Stern in der Zukunft und das ist eine der beste Karte im Tarot die Karte der Stern spricht schon über Heilung Stier diese Karte spricht auch über Loslassen und Heilen ja diese Karte spricht über Vergeben und Lernen ich vergebe im Frieden und ich lerne und ich mache weiter ich lasse los ja ich lasse los ich bleibe nicht mehr in dieser Traurigkeit in dieser Nostalgie in diesem Schmerz denn ich kann so lange in dieser Situation bleiben wie ich will ich entscheide wie lange ich in dieser Situation bleibe ich ich kann sagen ich bleibe weiterhin in dieser in dieser Situation in dieser Traurigkeit in dieser Nostalgie ob mir ob mir diese Situation was bringt das ist was anderes wie lange ich hier bleibe und mein Leben nicht weiter läuft wie gesagt das entscheidet jeder von uns da hat niemand einen Einfluss drauf also wie schlecht mir geht oder wie gut das entscheide ich niemand ist schuld für meine für meinen Zustand ist niemand schuld nur ich nur ich ich akzeptiere Situationen wenn eine Person mich wehtun möchte es liegt an mir ja ob ich die Situation akzeptiere oder nicht also ich habe einen Einfluss drauf zu sagen okay ich leide für das was du mir antust und so weiter leide ich jetzt oder ich sage schau mal das was du von mir denkst oder das und so das ist nicht was ich von mir denke ja das hat mit mir direkt nichts zu tun das ist das was du von mir denkst aber das ist nicht das was für mich spricht ja ja so ungefähr das was du von mir denkst ist das was du denkst aber das ist nicht das was für mich spricht ja also von da aus wie gesagt es gibt hier eine Situation bei dir Stia die deutlich ist und die Energie sagt Stia vergebe lerne lasse los und heile ja also erkenne die Wahrheit ja und und ich denke die Veränderungen sind da etwas muss hier geschehen ja etwas muss hier geschehen weil die Karte die rote Fahne zeigt sich und wenn die rote Fahne zeigt sich das ist meine rote Fahne wie ich immer sage also das ist nicht irgendeine rote Fahne das ist meine rote Fahne von da aus etwas wird hier geschehen und die Energie sagt Stia bleibt bleibe achtsam ja etwas ist hier du willst irgendeine Wahrheit erkennen denn eine Person Stia jemand bereut hier eine Situation eine Person bereut etwas hier Stia diese Karte sagt hier sei stolz auf dich sei stolz auf dich auf dich und glaube an dein Glück ja glaube an dein Glück sei stolz auf dich ja und handle handle inspiriert handle inspiriert die Energie zeigt sich für dich sehr positiv verstehe also wichtig ist das was ich dir jetzt gerade sagen werde wenn du bis diesen Punkt des Videos schon angekommen bist sage ich dir du hast mit Stenzeichen wieder eine klare Synchronisierung Stenzeichen wieder hat diese gleiche Karte von unserem schamanischen Seelen Orakel hat Stenzeichen wieder die gleiche Karte wie du bekommen diese Karte spricht über der verrauschte Spiegel der verrauschte Spiegel und diese Karte tatsächlich spricht über eine Unfähigkeit eine Wahrheit zu erkennen ja ich empfehle dir die ich werde in der über die Community im Kanal werde ich diese Karte hochladen für dich mit der ganzen Beschreibung also mit der Beschreibung über diese Karte ist sehr wichtig es ist wichtig dass du dir diese Karte liest was die Karte dir sagen möchte weil für den Monat Oktober ist diese Karte für dich gekommen und ich empfinde die Karte extrem interessant denn diese Karte will dir doch was sagen und das kannst du mir glauben du hast hier der heilige Berg hinter die andere Karte kam der heilige Berg jetzt siehst du einen Berg diese Karte der verrauschte Spiegel interessante Karte wie gesagt interessante Karte für dich ja sehr interessant eine ziemlich interessante Karte ich spüre bei dir einen spirituellen Weg hier überhaupt schau mal von dieser Karte kam eine eine Nachricht also es kommt eine Nachricht hier sieht man das Meer auch ja bei dir sieht man schon diese Situation von ja und eine freundliche Hand es gibt hier eine eine Kommunikation von einem Freund ich spüre hier einen Freund eine Kommunikation von einem Freund eine Freundin und ja eine freundliche Hand und hier ist auch diese Karte das Wort Yang ja also ich sehe eine starke Energie hier mit dieser Karte der Yang äh spricht man über eine starke Energie das könnte ein Mann sein eine männliche Energie muss nicht sein kann auch eine Frau sein mit einer starken ja eine starke Energie einen starken Charakter ja aber das es zeigt sich hier einen Freund und eine Nachricht ich spüre du hast hier eine eine positive Energie zeigt sich hier ja aber wie gesagt ähm sei stolz auf dich äh Stia sei stolz auf dich ja äh falle in keine Manipulation rein in keine Strategie rein ähm sag nein wenn du denkst ich muss hier nein sagen es passt mir nicht mehr also es man muss auch mal nein sagen können in keine Manipulation reinfallen deine eigene Energie sieht sehr gut aus hier äh Stia ich spüre bei dir sehr viel Erfolg muss ich ja schon sagen sogar die Karte der Stern spricht ja über Erfolg ich meine jetzt Stia so ist es aber sei einfach nur vorsichtig mit deinen mit deinen emotionellen Zustand hier ähm ähm ja also äh diese diese Kombination hier spricht über eine Traurigkeit Nostalgie Traurigkeit oder irgendwie einen emotionellen Zustand was mit einem König zu tun hat irgendwie wie gesagt sie hat es ja vorher gesagt das kann sogar dein eigener Vater sein es kommt drauf an aber äh rote Pfanne deswegen also ja sei stolz auf dich glaube an dein Glück und äh vergebe und lerne und weiter ja vergebe und lerne und ähm du wirst hier eine Wahrheit sehr wahrscheinlich ich denke schon du wirst hier eine Wahrheit erkennen ja ich denke schon du wirst hier Licht und Klarheit bekommen hier in einer bestimmten Situation äh Stia und das Gefühl was ich bekomme ist du schützt dich du wirst dich selbst schützen weil du eine Licht bekommst in einer bestimmten Situation bei dir was mit deiner Familie zu tun hat das ist deine Familie hier Stia ob das dein Vater ist deine Mutter Ehmann Ehefrau oder wie auch immer das ist einfach ein Licht und Klarheit in einer Situation wahr ja und ähm ja äh äh die Karte der Stern übrigens Stia spricht auch über was Neues das wissen wir oder also die Karte der Stern ist was Neues und spricht über die Zukunft diese Karte spricht nicht über eine Vergangenheit auch nicht eine Person der Vergangenheit diese Karte spricht über die Zukunft was Neues viel Erfolg was Neues und so weiter vielleicht die Energie will dir sagen Stia sei vorsichtig mit einer bestimmten Person ja tatsächlich das ist die Energie haben wir hier gesehen ja sei vorsichtig und äh schütze dich schütze dich schütze dich vor eine bestimmte Person tatsächlich und ähm lasse los ja lasse los egal worüber von wem wir reden lasse los vergebe und lerne warum vergebe ich damit ich im Frieden die Situation loslassen kann ich muss ja im Frieden sein mein Herz muss ja im Frieden sein deswegen ist dieses Vergeben nicht weil wir die Person vergeben wollen oder so sondern ich sage okay es ist jetzt ich lasse die Situation los ja ich vergebe dich damit ich in meinem Frieden kommen kann ja ich vergebe nicht weil ich damit einverstanden bin was die andere Person mir an getan hat ich vergebe weil ich einfach im Frieden sein möchte ja was Neues anfangen möchte und wenn ich was Neues anfangen will und das auch genießen will ja muss ich natürlich vergeben können das was ich bis jetzt hatte ja und das sagt diese Karte tatsächlich ähm ähm Stia diese Karte sagt in dem in dem in dem dass du die Vergangenheit loslässt und heilst erfährst du mehr Liebe in hier und jetzt natürlich will ich Liebe in diesem hier und jetzt spüren dann muss ich erstmal vergeben können was ich bis jetzt hatte und davon lernen und dann kann ich natürlich diese Liebe in diesem hier und jetzt spüren weil ich in meinem Frieden bin du hast ja auch nicht falsch gemacht Stia nicht mehr als ich nicht mehr als anderen ja also von da aus ähm vergeben und lernen sich selbst auch vergeben können ist auch wichtig aber das ist tatsächlich alles ja ja wir reden momentan über eine starke Energie eine neue Mentalität äh eine neue Mentalität bei dir auch Stia ja neue Mentalität und ähm oh ne ne Schluss Schluss mit dem was es gab ich spüre bei dir was Neues ich spüre bei dir was Neues eine neue Freundschaft sogar eine neue Person einen loslassen ja sehr deutlich hier ähm Stia sehr deutlich ja ich spüre hier eine neue Person ich spüre bei dir eine klare eine neue Person ist da ja Wassermann zeigt sich Wassermann Fische äh du hast hier Wasserelement ja du hast gesehen Stenzeichen Krebs Fische oder Skorpion sehr stark auch ähm Wassermann wie gesagt Steinbock Stia Jungfrau Löwe Zwilling ja ich sage dir was ich hier habe halt ja also Stia was soll ich dir hier sagen das ist die Energie die ich hier sehe und hier ist natürlich auch Stenzeichen Löwe ähm ja Stia loslassen ich meine jetzt das ist die Botschaft hier lasse los erkenne die Wahrheit äh und lasse los und äh hier gibt es was Neues für dich es könnte sogar möglich sein dass du mir sagst ich sehe das noch nicht weil das ist die Karte der Stern und das spricht für die Zukunft aber glaube mir wenn ich dir sage Stia dass wenn du hier loslässt tatsächlich dein Herz im Frieden bist zeigt sich hier für dich was Neues warum? weil das Universum äh da ist das Universum ist hier präsent auf dem Tisch das ist die Karte der Stern und die Karte der Turm glaube glaube und vertraue glaube und vertraue Minimum das ne ja Stia das ist die Energie für dich für den Monat Oktober aber interessante Energie ist das schon ich kenne deine Situation nicht ich weiß nicht wo du es so reden könnte aber ist die Energie ist positiv die Energie zeigt sehr gute Vorzeichen für dich was sagt dir die Energie aber sei vorsichtig Stia sei vorsichtig ja mit der Vergangenheit Stia sei vorsichtig vergebe lerne und weiter einfach nur so vergebe lernen und weiter Punkt nicht mehr ja zu viel Drama für nichts ja also Stia das ist die Energie die ich hier habe du wirst wissen was das hier ist ich danke dir für deine Likes und deine Abos Dankeschön und ich wünsche dir einen schönen Wochenbeginn wir sehen uns bald Stia Danke Tschüss